Und meine super erotische Stimme. Naja, egal. Dann sag ich jetzt mal schau. Euer Benjibo. Bye. Bye, bye, bye. Quasi morgen erschienen, also ich nehme es gerade am ersten auf. Aber MMOGA war so frei und hat schon mal Keys versendet, damit man schon mal vorladen kann und ja, ich bin gerade dabei das Spiel zu downloaden und man kann das Spiel auch schon hier starten nach 20% oder so und ja, wir riskieren mal einen Blick ins Spiel und mal schauen, was uns da jetzt gleich erwartet. Ich hab mich jetzt eigentlich gar nicht so richtig über das Spiel informiert, also ihr werdet wahrscheinlich